Hi und herzlich willkommen in der Serie 38 im Frühling zur Fotoherausforderung auf der Spur. Wir müssen den Detektivtank bei Palacio Azul de Oceano fotografieren und da ist es das Hotel im Westen, Südwesten der Karte, hier. Und wenn wir dann da hingesprungen sind und auf die Rückseite fahren, ist hier unten im Innenhof, suchen wir uns das Foto raus und dann befindet sich dort oben der Detektivtank. Wenn wir dann ein Foto davon machen, ist damit die Herausforderung abgeschlossen und wir bekommen das Emote so süß. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. igera 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 igera